Prince singt uns Stimme und da muss man wirklich sagen, bester Auftritt wirklich, abgesehen davon, dass man seine Stimme nicht mit irgendwelchen Effektmüll verhunzt hat. Wirklich super. Ich finde zwar sozusagen, die Parts hätten lauter sein müssen, da hat die Tontechnik ein bisschen gepennt, also man hat die Stimme von ihm zu leise gedreht, war teilweise ein bisschen undeutlich, aber hat er echt gut gemacht, finde ich. Hätte vielleicht ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Druck haben können, aber kann natürlich auch einfach daran liegen, dass hier das Vocal zu leise gedreht war und deswegen im Beat untergegangen ist, aber was gar nicht geht, ist dieses grottenhässliche Outfit. Unmöglich, also. Aber wenigstens sahen die Tänzer genauso dämlich aus wie er. Aber Gesangsleistung war echt gut, zwar kann man die Hook nicht bewerten, weil da hat man deutlich rausgehört, da kam was vom Band und so mit, damit es deutlich wurde, oder man hat da vielleicht ein Effektgerät eingeschaltet, um es irgendwie anders zu färben und so. Aber ich muss sagen, die Parts haben mir echt sehr gut gefallen, er hat auch so ein bisschen mit der Stimme gespielt und so, das war echt gut. Also, so sollte man das grundsätzlich bei ihm lassen, er soll nicht mit Effektgeräten vermüllen. Ja, kann man nicht meckern, aber Outfit, bitte nächstes Mal ein anderes, das sieht wirklich schrecklich aus.